Was geht YouTube und herzlich willkommen zum neuesten Video von mir, von meiner Win-Challenge. In der heutigen Folge geht es um die Win-Challenge von Fade. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Jetzt unbedingt einen Daumen nach oben, da wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut gerne bei Twitch vorbei. Dieses Video ist nämlich wieder im Stream entstanden. Lasst unbedingt ein Follow da, aktiviert die Glocke da unten, lasst, wenn ihr mich lieb habt. Euer Prime-Fat bei mir da wird mich riesig unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch sehr viel Spaß bei dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Stream oder Video wieder. Ciao, ciao. Oder ich habe gedacht, ich bin mal da oben. Und deswegen ist es halt Ich und die Rainer sind es wieder. Okay, das war ein bisschen frisch. Aber Das kann nicht sein, man. Gechokt. Oh, nice. Good shit, bro. Oh, das war aber echt nice. Also der hat jetzt ein gutes Cross-Head-Pacement gehabt. Alles, alles, wie es sein sollte. Das war Me pelebutt. ich habe 3 Sedge keine Charge! geh also! fad? in den dinger? Post Plant ist übel strong ich konnte sie gerade wegziehen meine Hunde sollte ich nicht so schnell eigentlich nutzen oh ich hab den brüch bekommen ja bro ich hab veraimt aber ich sag so wie es ist ich hab den brüch bekommen und ich hab den brüch bekommen ich hab den brüch bekommen Ich will ein Ys! Einem Wettbewerb. Gut. Junge, so gut, Mann. Mann, es macht so Spaß, das Spiel, wenn man gute Team-Mates hat. Das ist so geil, ey. Man spielt selber direkt viel besser und so. Gute Laune. Oh, er ist fast schief gegangen, Bro. So.. badam badadam DAP Ich hätte sie spielen sollen. Aber es ist okay, wir gewinnen die Runde wieder. Super geil, Alter. Heute gehen wir Gold. Heute gehen wir Gold. Heute gehen wir Gold, ich sag's einfach so raus, wie es ist. Es sind zwei, äh, zwei nach links, zwei nach links, die drei nach links sind. 254 A. Ja, aber die Arena ist immer mit, das ist ein bisschen gut. Tega! Das hält, das hält. Good job, DG's, DG's. Have a good day. Nice, good job, good job. Have a good day, my friend. Junge, das war ein gutes Game. War ein sehr gutes Game. Falls euch das Video gefallen ist, guck mal den Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schaut auf Twitch vorbei, haben wir gerade eben live erschrocken. Stay clean oder sowas. Ciao, ciao. Kurz die Atmos direkt gemacht. Smart. sigue kurz. Willenas wöhn nicht до одни�water1 in den daumen rechts unbox? Wo ist dieame auch gut? Geometser in meiner nope hinten. Na, man kann das. Wo ist das Commander? Vielen Dank.